Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Wart of Warcraft Inerati Becken. So, die Runde haben wir auch schon ewig nicht mehr gehabt. Und da bin ich mal gespannt, wie wir uns heute hier in der Runde machen. Ich wurde gefragt, ob ich noch mit anderen Charakteren PvP spiele. Und, jo, eigentlich schon. Nur eigentlich wollte ich den erstmal ein bisschen hochzocken. Also, sprich, auf 100 spielen. Auf 88 sind wir ja gerade, kurz vor 89. Und, jo. Ich wollte eigentlich den erstmal hochspielen. Aber ich kann auch gerne andere Charaktere spielen. Ich könnte das auch wieder so machen, wie bei den Panzern jetzt. Auf diesen Server habe ich sechs Horde-Charaktere. Da könnte ich würfeln mit einem sechster Würfel. Und schauen, welche Zahl kommt. Mit denen spiele ich dann gerade da. Allerdings soll ich das Würfel dann nicht aufnehmen. Sondern, das wollt ihr dann sofort in der PvP-Runde sehen. Dann seht ihr ja, was ich früher fit habe. Oder, welcher Charakter da dran ist. Das könnte ich zum Beispiel machen. Damit es ein bisschen Abwechslung für euch da ist. Dass wir nicht nur mit den Dodo spielen. Dann wird das allerdings doch noch ein bisschen länger dauern. Bis ich schon abwechslung bin. Aber, ich sag mal, das werde ich nächste Woche mit anfangen dann. Also, nächste Woche würde ich auch ab nächster Woche werde ich meinen Charakter immer erwürfeln. Mit wem ich PvP spielen werde. Wir sind hier. Okay, vier Leute. Das passt. Bis zum nächsten Mal. Das ist euer Freund. naja haben wir oben das sägewerk schon mal nicht gekriegt die schmiede in der ist die uns schmiedes unser minus unser und nachhoff so 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 ja wer hat für mich auch kaputt gemacht Ah! hmmm 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 so viel und Was ist das? Oh, das ist alles. Schauen wir mal da unten an, ob da vielleicht einer anlang läuft. Also hier ist alles clean, die sitzen jetzt gerade alle an den Stellen. Hier sind noch zwei Leute. Da vorne sind sie wieder. Gut, dann rennen wir schnell da mal wieder hin. Da sind sie. Ich bin jetzt einfach mal von anderen Seiten hoch und probiere einfach die Flaggen zu glauben. Jo. Da fällt uns ja gar nicht auf. Na ja, ich glaube nicht. Da war. Oh. 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 da habe ich es mal ein bisschen abgelenkt wollen wir das gleich nochmal machen? war witzig na los, komm schneller oh ne, da kommt welche mine, fünf leute ok immer schnell zur mine runter ok Das war's für heute. 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 wir haben gewonnen Dank fürs Zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen Tschüss Tschüss